Christoph Daum ist bei uns, der ein tolles, wirklich für Fußballfans sehr, sehr lesenswertes Buch mitbringt. Immer am Limit, der großen Spaß, als ich darin gelesen habe. Wie haben Sie, Herr Daum, vorab gefragt, diese letzten Monate Corona-Krise, wie haben Sie die erlebt und wo? Ja, da gibt es einmal den privaten Christoph Daum, der die Zeit genutzt hat, um diese Biografie zu beenden. Und dann gibt es natürlich den, der auch im Fußball verwurzelt ist und mitbekommen hat, wie eben auch in dieser Shutdown-Situation die DFL versucht, erfolgreich versucht hat, ein Hygienekonzept zu erstellen, was eigentlich, muss ich sagen, wieder ein Artikel made in Germany ist. Denn wir hatten in allen Ländern eigentlich keine Sportveranstaltung mehr und was der Herr Seifert dort mit diesem Hygienekonzept in Absprache mit den entsprechenden Gesundheitsämtern auf die Beine gestellt hat. Das hat dann wieder dazu geführt, dass zumindest es zu diesen Spielen ohne Zuschauer, zu den sogenannten Geisterspielen gekommen ist. Und es hat dazu geführt, dass wir eben auch da, was ich manchmal in die Diskussion mit reinwerfen würde, diese ganze Situation nicht nur eben aus der Sicht des Virus angehen sollten, sondern auch aus psychologischen, wirtschaftlichen Aspekten. Gibt es da eine ganze Reihe. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder unserer Verantwortung bewusst sind. Wichtig ist auch, dass wir solidarisch in unserer Gesellschaft mit dieser Herausforderung umgehen, aber auch immer wieder mit Augenmaß. Und ich glaube, wir vom Fußball haben es vorgemacht, wie es gehen kann. Okay, ist natürlich draußen, nicht in geschlossenen Räumen, aber ist ein Produkt made in Germany, was dann von den Engländern übernommen worden ist, Spanien und so. Aber die Amerikaner haben geschaut, wie macht ihr es eigentlich. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also, wenn wir da hinten dieses Foto sehen, Herr Daum, jetzt reden wir über Fußball. Rainer Kallmund, das ist ja sozusagen eine der ganz zentralen Figuren auch, wenn man sich ihre ganze Fußballkarriere anschaut. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dieses Foto sehen? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie, wie heute Abend zum Beispiel, vor dem Fernseher sitzen, da spielt die Nationalmannschaft. Ist da manchmal dieser Gedanke, da hätte ich auch mal sitzen können? Als Trainer, das wäre eigentlich mein Ding gewesen. Das war der Job, der anstand als Nächster. Ja, ich werde natürlich immer wieder, wie durch solche Fragen, daran erinnert. Das hätte so sein können. Und durch solche Bücher, die Sie schreiben. Oder dadurch, richtig. Sicherlich ein reizvoller Gedanke, aber ja, hilf mir nicht weiter. Das ist verschüttete Milch, die kriege ich nicht mehr irgendwo rein. Ich habe gelernt, mit der Situation umzugehen. Genauso wie mit Rainer Kallmund gab es unterschiedliche Phasen. Also wir sind, wir haben, ich habe das mal so ausgedrückt, wir haben Brot und Bett geteilt. Der eine wusste manchmal mehr über den anderen als er selbst. Wir haben uns gegenseitig geschützt, gestützt und haben tolle Erfolge mit Bayer Leverkusen erzielt. Haben den eigentlich zum Europäischen Spitzenverein gemacht. Und dann gab es mal eine Phase, da waren wir nicht ganz immer wieder einer Meinung. Aber dann haben wir uns wieder vertragen. Kalli kam dann zu mir nach Hause und hat mich dann in den Arm genommen. Da muss man auch die kölsche Art verstehen und sagte zu Hörl, Jungen, Back schlägt sich, Back verträgt sich, komm, lass uns wieder vertragen. Und heute freue ich mich, dass er seinen Magen-Bypass erfolgreich eingesetzt hat, weil er dadurch natürlich auch aus der Risikogruppe, die wir eben hier besprochen haben, fast rausgefallen ist. Er hat über 60 Kilo abgenommen. Glückwunsch, Rainer. Alles wunderbar. Wer hatte die Idee, 20 Jahre nach dieser Kokainaffäre, über die wir vorhin gerade kurz gesprochen haben, dieses Buch jetzt zu veröffentlichen? Sie sagen, das wühlt mich immer noch auf, das schreiben Sie sogar in Ihrem Buch. Warum haben Sie es da nicht einfach stecken lassen, sozusagen auf sich beruhen lassen? Das habe ich mich in der Vorbereitung wirklich gefragt, weil da etwas ist, was Sie gerade stellen wollen, richtig stellen wollen. Was ist es? Das ist eigentlich so, wenn wir irgendwo zusammen sind und ich Erlebnisse und Erfahrungen schildere, dass ich immer wieder von den Zuhörern mitgeteilt bekomme, Mensch, das ist so interessant, das musst du doch mal aufschreiben. Ich bin manchmal sogar mit engen Freunden zusammen oder auch in der Familie und erzähle dann wieder etwas, was ich wirklich erlebt habe. Also hier ist es nicht irgendein fiktiver Roman, sondern hier ist es live, was sich manche gar nicht vorstellen können. Und dann sagen die auch, Mann, das musst du doch mal aufschreiben. Und als dann meine Kinder gesagt haben, also größer Geschenk wäre, wenn du uns das mal aufschreibst, dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du es. Es ist ja immer wieder so eine Situation, dass du sagst, das mache ich später. Nur ich habe in meinem Leben kennengelernt, später wird es meist nie. Also mach es jetzt. Aber klar war, Sie müssen sich auch mit dieser unangenehmen Geschichte auseinandersetzen. Ich habe das auch irgendwo im Interview gelesen, Sie sagten, eigentlich wollte ich das gar nicht, ich wollte eigentlich ein Buch machen, wo 20 Seiten einfach geschwärzt sind. Super, gut informiert. Ja, einfach geschwärzt und das ist sozusagen dieses ganze Kapitel. Das wäre der Knaller gewesen, das wäre doch so, wie man so schön sagt, ein typischer Daumen. Hätte dann aber keiner gekauft. Bitte? Hätte dann keiner gekauft. Nein. Eine Biografie funktioniert ja nur, wenn man gnadenlos ehrlich ist, nur dann geht das. War ja auch so, das war einige Worte freilassen, einige wieder schwärzen. Aber dann haben wir gesagt, aus Umweltgesichtspunkten, Mann, das ist Papierverschwendung, lass mal sein. Und dann habe ich eben auch, so ehrlich wie es geht, versucht, diese Situation zu beschreiben, wie rutscht man eigentlich mal in so eine Situation rein, dass du wirklich eine extreme emotionale Belastung hast, wo du dann eben auch eine unbedachte Handlung machst. Und das habe ich hier mit möglichst vielen in der psychologischen Fachsprache Submodalitäten beschrieben, sodass ich den Leser da mit reinnehme. Sie sagen, das sieht so aus, als wäre ich jemand gewesen, der da sehr früh schon ein Thema, ein Problem hatte. Aber in Wahrheit war es eigentlich gar nicht so. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie Sie da sozusagen reingerutscht sind? Und wie Sie dann auch diese, vorhin nur einen kurzen Ausschnitt haben wir gezeigt, aus dieser legendären Pressekonferenz damals. Da setzt sich jemand, der ja wissen muss, dass er gelegentlich, wie Sie schreiben, Kokain konsumiert, der setzt sich dahin und sagt, ich habe ein absolut reines Gewissen. Ich habe mir eine Haarprobe nehmen lassen, bin mir ganz, ganz sicher, dass da nichts passiert. Wir hören einmal kurz rein und holen uns sozusagen diese Bilder nochmal vor Augen und dann erzählen Sie vielleicht mal die Geschichte dahinter, die würde mich wirklich interessieren. Bitte. Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Zahlreiche Freunde und Kollegen haben mir zwar von diesem Schritt abgeraten, weil es nicht nur die Umkehr unseres Rechtsprinzips bedeutet, sondern auch eine Abkehr von den guten Sitten unserer Gesellschaft. Ich bin mir der Problematik meines Schrittes bewusst, aber meine Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, meinen Arbeitgeber Bayer 04 Leverkusen, meinem zukünftigen Arbeitgeber, dem DFB, lässt mir keine andere Wahl. Ich muss dieses Mittel anwenden, um meinen guten Ruf zu bewahren. Mir wurde am heutigen Montag um 8.30 Uhr in Anwesenheit von DFB-Arzt Dr. Josef Schmidt und eines Notars eine Haarprobe entnommen. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Weil ich vorher anonym eine Haarprobe habe durchführen lassen und die Ergebnisse waren alle negativ. Wo haben Sie das machen lassen? Das werde ich natürlich hier nicht sagen. Wunderbar. Ich habe das aber anonym gemacht. Es gibt genügend Labore. Fragen Sie mal die Leute, die da, ich will jetzt kein anderes Fass aufmachen, aber im Dopingbereich unterwegs sind Labore. Untersuchen wir, wenn die ihr Geld bekommen, alles. Und so hatte ich das auch sehr zuverlässig gemacht. Und die Analyse, die ich selber gesehen habe, schwarz auf weiß, da war nichts nachweisbar. Und insofern hatte ich nichts zu befürchten. In der Presseerklärung... Waren Sie selber überrascht von diesem Ergebnis? Total. Sie wussten ja, dass Sie gelegentlich Kokain nehmen. Ja, diese Analyse, die nachher rauskam, die traf auf mich gar nicht zu. Ja, aber die erste, die erste meine ich jetzt. Die erste, die Null, die bei Null war, die hat Sie überrascht. Nee, nee, überhaupt nicht. Weil ich hatte eigentlich über sechs Monate überhaupt keinen Kontakt mehr damit. Und von der Einwachszeit, von den ganzen... Aber das ist Pi mal Daumen. Da bin ich nicht irgendwo Chemiker, der es genau erklären kann. Aber ich ging davon aus, das sollte eigentlich Nullerwert sein. Und darum hatte ich nichts zu befürchten. Und auch wenn das die Umkehr der Rechtsstaatlichkeit bedeutete, war das für mich natürlich nach diesen ganzen Gerüchten, die immer wieder kamen, der Befreiungsschlag. Und den habe ich natürlich dann angenommen. Die Ausdrucksweise mit dem absolut reinen Gewissen stimmte natürlich nicht. Ich hatte kein absolut reines Gewissen. Aber da hast du Medienexperten um dich herum, die sagen, ey, hör mal zu, das, was du hier schreibst, ich hatte geschrieben, bei dieser Presseerklärung, Drogen haben und werden in meinem Leben keine Rolle spielen. Und da haben die gesagt, ah, ist viel zu weich gespült, da muss man richtig nach vorne gehen. Und ich wusste nicht, dass so eine ähnliche Sache der Uwe Barsche mal gesagt hat. Wirklich nicht. Und dann habe ich gedacht, ich habe nichts zu befürchten. So what? Dann saß er halt, weil er ein absolut reines Gewissen hat. Ich ging ja davon aus, dass Nullerwert rauskommt. Sie sollten, es ging um die Frage, ob Sie Nationaltrainer werden. Und der Slogan der Nationalmannschaft war unter anderem, keine Macht in Drogen. Schwierig. Ne, da stehe ich ja auch zu. Ich habe natürlich auch Verständnis dafür, dass in der Situation, in der ich mich befand, es keine Möglichkeit mehr gegeben hätte, Nationaltrainer zu werden, eben unter dieser Prämisse mit diesem Slogan. Das sehe ich auch ganz klar ein. Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu sprechen. Ich habe mich beim DFB, bei allen Verantwortlichen entschuldigt. Und ich habe heute, muss ich sagen, da auch wieder ein sehr gutes Verhältnis. Aber zur damaligen Zeit No-Go. Trotzdem nur diese Situation. Ich meine, welcher Druck war das? Uli Hoeneß hatte ja vorher aus München schon... Gehen wir lieber auf den anderen Teil Ihrer Frage ein. Den fange ich eigentlich viel spannender und interessanter. Nämlich, wie kommt man da wieder raus? Das finde ich eigentlich... Ja, aber das ist wichtig, absolut. Vergesse ich auch nicht. Nur trotzdem, wie sich das aufgebaut hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Uli Hoeneß, Sie sagten ja vorhin selber, gab da immer wieder schon die Gerüchte und so weiter. Und dann fängt er plötzlich an, so aus München Gerüchte zu streuen. Und sagt er, gut, komm, der... Nein, nein, der hat keine Gerüchte gestreut. Das wurde nachher so dargestellt. Sondern wie war es wirklich? Uli, wirklich, dann muss ich den Uli in Schutz nehmen. Okay. Und wenn ich das schon mache, dann sollte er das wirklich auch entsprechend wahrheitsgemäß hier aufgenommen werden. Der Uli hat nur gesagt, Mensch, wenn diese ganzen Gerüchte, und ich habe vorhin gesagt, es gab einige Gerüchte, wenn die stimmen, dann kann er nicht Bundestrainer werden. Und damit liegt er eigentlich richtig. Das verstehe ich, aber Sie sind ihm dankbar dafür, dass er das... Es ist ja die Frage, ob man das öffentlich macht oder ob man das intern macht. Das ist auch noch mal eine andere Geschichte. Das ist richtig. Wir können jetzt Szenarien durchspielen, wie man diese Affäre auf einem ganz anderen Niveau hätte abhandeln können. Mit derselben Konsequenz. Also nicht, dass es jetzt so aussieht, man hätte das irgendwo verheimlichen oder vertuschen können. Nein. Aber wie gesagt, ich bin Uli Hoeneß nicht dankbar. Nein. Aber jetzt den zu dem Hauptschuldigen zu machen, das stimmt gar nicht. Es wurde damit auf einmal medial ein Druck aufgebaut. So, jetzt muss der aber eine Haarprobe machen. Das war ja auch nicht meine Idee. Wessen Idee war das? Wessen Idee war das? Das sind so viele, die das gefordert haben, wenn ich die Ihnen hier alle aufzähle, dann sprengt das im Rahmen dieser Sendung. Das waren also sehr honorige Leute, die, aber jetzt kannst du wieder sagen, die es auch gut meinten, in der Art und Weise, dass sie sagt, man, mach's, kommt negativer Wert raus, dann ist das ein für alle Mal vom Tisch und gegessen. Das ist eine total packende Szene, wie Sie beschreiben. Das wird alles öffentlich, es kommt alles raus. Sie stürzen wirklich tief. Und ich sage das auch wirklich völlig ohne Häme. Das hat auch, glaube ich, Uli Hoeneß nie so intendiert. Und es ehrt Sie auch, dass Sie, auch das habe ich nachgelesen, dass Sie jetzt, nachdem Uli Hoeneß auch, dann seinen tiefen Sturz wegen der Steueraffäre zu verkraften hatte, dass Sie wieder Kontakt zu ihm aufgenommen haben, ihm auch nie ein böses Wort nachgetragen haben. Das hat Stil. Sie beschreiben aber eine Szene, wie Sie im Morgengrauen nach einer durchwachten Nacht Ihre Frau anrufen, Angelika anrufen, die auf Mallorca gerade weilt. Und Sie wissen, die schläft wahrscheinlich noch und wecken Sie und sagen, pass auf, es ist was Fürchterliches passiert. Wie haben Sie ihr das erklärt? Überhaupt nicht. Wann will es denn groß erklären? Der Amerikaner sagt dazu, der würde einfach sagen, Sweetheart, sometimes shit happens. Damit will ich nichts verniedlichen. Wie gesagt, ich übernehme für diese Dummheit die Verantwortung und ich habe mich bei allen entschuldigt. Also nicht jetzt hier runterschwingen. Aber was sollte ich groß erklären? Ich habe dir ja gesagt, was sie in den letzten Stunden abgespielt hat. Dieses ungeheuerliche, unzutreffende Ergebnis mitgeteilt. Und sie sagte, ich habe immer wieder gesagt, du solltest nicht diese Haarprobe machen. Sie war auch strikt dagegen, wie viele andere auch. Und dann, als ich mit meinem Vortrag fertig war, bekam ich dann die Mitteilung. Und übrigens, eins möchte ich sagen, ich bin schwanger. Jetzt sagst du auf einmal da. Noch eine positive Probe, möchte ich jetzt fast sagen, an dem Punkt. Ja, okay. Aber das Schöne. In der Situation habe ich das überhaupt nicht realisiert. Das ging irgendwo in ein Ohr rein und andere wieder raus. Ich konnte gar nicht so diese Freude realisieren. Verstehe. Das kam jetzt viel später, als ich dann den Kleinen im Arm hatte. Aber in der Situation war ich noch mal in einer gewissen Art und Weise überfordert. Wenn man, das habe ich mich auch gefragt, als ich das gelesen habe, wenn man so lange, so hart, so akribisch arbeitet wie Sie, wenn man auch so viele Erfolge feiert, wenn man zeigt, was da alles geht, wenn man Mannschaften, die eigentlich ständig nur mit dem Rücken zu Wand stehen, plötzlich zum Vizemeister macht, dann den VfB Stuttgart sogar zum Meister macht usw. im Ausland mehrfach türkischer Meister wird, österreichischer Meister wird usw. Eine lange Liste an tollen Erfolgen. Wie sehr schmerzt einen das, wenn man merkt, all das, was ich mir da jetzt aufgebaut habe über diese vielen Jahre, wird jetzt immer wieder reduziert auf dieses eine Ding. Sie sagen das auch an einer Stelle irgendwo in einem Interview, dass Sie bis heute treffen Sie Leute, die dann meinen, witzig sein zu müssen und sagen, können Sie mir mal ein Haar geben, irgendwas über Schnee fabulieren. Sie haben irgendwo erzählt, Ihr Verlag kam auf die glorreiche Idee, das Buch Schnee von gestern zu nennen. Wir auch dachten, okay, warum muss man so eine sehr erfolgreiche Karriere immer wieder auf dieses eine Ding, warum? Wie sehr schmerzt das? Natürlich stört mich das, aber ich habe gelernt, im Laufe der Jahre damit zu leben, nicht so gut, sage ich mal, wie eben angesprochen, wenn du irgendwo bist. Das heißt, wenn Sie sagen, shit happens und spielen das so ein bisschen cool weg, in Wahrheit tut das immer noch weh. Ist das jetzt hier so eine seelische Outing-Sendung? Nein, nein. Ich glaube, hier haben wir eben aus der Hotellerie viel wichtigere Probleme mitbekommen oder aus Sicht einer Virologin. Ich will mich da gar nicht bedeutender machen, als ich bin. Es stört immer wieder, aber ich muss auf der anderen Seite sagen, der Großteil der Bevölkerung hat mir eigentlich relativ schnell vergeben. Die haben auch gesagt, keiner ist fehlerfrei, das ist einer unserer Besten, was eben auch in der Aufzählung und Erfolge sich abgespielt hat. Und ich war nie in der Situation, dass ich Bayern München übernommen habe und auf einem hohen Niveau gehalten habe, sondern ich habe Vereine von Abstiegsplätzen in die deutsche, europäische Spitze wieder zurückgeführt. Mit Unterstützung natürlich großartige Spieler, die ich geliebt habe, großartige Mitarbeiter. Das ist immer eine Teamarbeit. Und die Reduktion jetzt auf so eine Sache oder auch die Reduktion, dass ich mit meinen Motivationstricks sehr oft genannt wird, und das wird eigentlich meiner ganzen Arbeit nicht gerecht. Da gehört viel mehr dazu. Also nur mit Motivationstricks hältst du dich nicht jahrelang an der Spitze, egal in welchem Bereich. Das ist wahr. Etwas, was Ihnen offensichtlich, und das würde ich gerne an den Schluss stellen, nie abhandengekommen ist, ist Ihr Humor. Ich habe auch erst durch diese Biografie erfahren, sind ja in Zwickau ursprünglich geboren, aber dann in Duisburg, glaube ich, aufgewachsen. Das Ruhrgebiet und auch dieser rheinische Humor, der kommt da immer wieder durch. Wir hören mal kurz rein, mit welcher Nonchalance Sie Monate später sich für das Ganze entschuldigt haben. Das ist großartig. Ich gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele hier. Meine Anwälte haben auch zu mir gesagt, ach Mann, du musst da im Büßergewand auftreten. Nur Christoph Daum ist das nicht. Ist nicht Büßergewand. Nein, ich wollte jetzt nicht sagen, das kommt gut an, wenn eine Schutt und Asche über das Haut und einen auf Mitleid machen. Von Selbstmitleid habe ich nichts gehalten und Mitleid von anderen, das kriegst du dir geschenkt und nachgeworfen, wollte ich auch nicht. Ich habe genau gesagt, was ich vorher gemacht habe. Ich habe hier einen Fehler gemacht, den gebe ich zu, dafür entschuldige ich mich und ich hole Glaubwürdigkeit und Vertrauen wieder zurück. Weil was nutzt es, da zurückzugucken? Ich musste gucken, wie ich wieder ins Handeln komme, wie ich aus der Opferrolle wieder rauskomme und wieder mein Leben gestalte. Und das war für mich das Primäre. Aber okay, einige wollten natürlich da den Büßer sehen und dann habe ich ihn wieder in die Fresse gekriegt. Was soll's? Aber auch das habe ich wieder überlebt, weil auch das wieder Stärke macht.